Der Besuch des üppigen tropischen Regenwalds ist einer der Höhepunkte der Rundreise durch Nord Queensland. 1200 Quadratkilometer groß und einer der letzten intakten Regenwälder der Erde. Allerdings ein Spaziergang durch diesen Wald ist nicht ganz ohne. Der Wald ist nahezu undurchdringlich. Er birgt Gefahren, giftige und brennende Pflanzen und gefährliche Tiere. Aber im Daintree Discovery Center ist alles sicher und dennoch naturbelassen. Außerdem, wo hätte man sonst einen Blick auf das imposante Laubdach des Regenwaldes? Terrarien und Aquarien im Informationsbereich vermitteln Einblicke in die meistverborgene Welt der kleineren Lebewesen. Baumfrösche und andere Reptilien erwecken die Neugier. Ideospermum australiense, eine giftige Lorbeerart, wächst bereits seit 110 Millionen Jahren auf der Erde. Der Regenwald bietet aber noch viel mehr Überraschungen. Keine Angst, diese Spinne ist harmlos. Mörderisch dagegen ist die Würgefeige, eine Schlingpflanze, die mit ihrem Wirtsbaum kein Erbarmen kennt. Dieses Exemplar im Daintree Discovery Center ist besonders eindrucksvoll.